so meine leute willkommen wieder zurück zu einem neuen tag von dem zurückbau und dem nach auspick und von geordnets er hat zwar den lenkig gezogen mit den ganzen wiedervideos aber ich möchte natürlich mit jeden tag so ein bisschen oder jede woche ein bisschen was an wiedervideos bringen heute kommt eben der ganze abbau von dem ganzen technikzeug erst mal kommt mein ganzes mikrofon stehen ab den rest möchte ich noch verhalten musik zu hören und natürlich morgen früh noch was hochzuladen deswegen erstmal mein mikrofon so das war es jetzt erstmal erblich vielleicht gewusst warum im hintergrund noch das lichtleuchtet so hin und her klingt das ist immer noch mein hgb panel also mein starboard panel dazu das baue ich erst morgen ab da ich jetzt noch so ein bisschen musik höre im moment lage ich noch ein video hoch und morgen kommt noch ein video zum hochladen das dauert nochmal so ungefähr 1-2 stunden und danach wird der rest auch abgebaut ich hoffe mal dann bin ich endlich mal fertig zum nächsten tag so neue kraft neue lust zum abbauen heute ist der neue tag man sich doch um ein pullover dass ich heute das menzi pullover angrabe sage ich jetzt mal zu das games kommen und ich würde mal sagen wir bauen jetzt mal ja alles sitze ab ich würde mal sagen wir machen ich würde mal sagen wir machen ich würde mal sagen wir machen Go on, just do what you do And it hurts As I bleed for you, cry for you Let me bleed As I bleed for you, cry for you Let me bleed Let me bleed Let me bleed Let me Let me bleed 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 We will see Going to fly Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So eine Stunde später, nachdem ich angekommen bin zu Hause, ist mein ganzer Computertisch mal wieder ganz komplett aufgebaut. Ich freue mich, es funktioniert alles im Moment, auch die Audio ist ziemlich gut am Start. Und ich würde mal sagen, ich schneide jetzt mal das Ganze jetzt noch, der dritte Part von der Gehörlitzreise. Ich habe hier noch ein kleines bisschen aufzuräumen. Ganz kleines bisschen. Und dann würde ich sagen, wenn ich das ganze Part gefallen habe, gibt es noch einen Augenblick. Wenn nicht, einen Daumen hoch und schreibt mir in den Kommentar, ob man davon sehen will oder auch nicht. Und dann beziehungsweise das nächste Mal sagt er mir das Wort. Ciao, ciao. Ich finde das geil, das gerade hier im Hintergrund einen Spiegel ab. Ich finde das geil, das gerade hier im Hintergrund einen Spiegel ab. Ich finde das geil, das gerade hier im Hintergrund einen Spiegel ab.